Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die neuesten Vorschläge zur Reform des deutschen Rentensystems. Das Bundesarbeitsministerium berichtete kürzlich, welches Gehalt die Deutschen für einen jeweiligen Rentenbezug verdienen müssen. Dabei erhalten fast ein Drittel der Deutschen vermutlich weniger als 1200 Euro Rente netto. Doch die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer fordert nicht nur eine Reduzierung der Rentenerhöhungen, sondern auch eine Erhöhung des Eintrittsalters. Wenn euch diese Themen interessieren und ihr alle Details erfahren wollt, dann bleibt dran. Seit Jahren gibt es Warnungen, dass das aktuelle Rentensystem in Gefahr ist. So belegt zum Beispiel ein Papier des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums ab 2025 schockartig steigende Finanzierungsprobleme. Auch das Rentenniveau wird dabei immer wieder hinterfragt. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen der Höhe der zu erwartenden Rente nach 45 Beitragsjahren und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers. Laut dem Rentenversicherungsbericht 2021 liegt das Niveau bei etwa 49,4 Prozent. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien sieht vor, das Rentenniveau bei etwa 48 Prozent zu sichern. Erstmals soll es einen Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung für die gesetzliche Rentenversicherung geben. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters sieht die Ampel vorerst nicht. Zudem soll es für die 21 Millionen Rentner in Deutschland eine Rentenerhöhung in 2022 geben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD geht davon aus, dass die Renten in Deutschland ab Juli 2022 um 4,4 Prozent steigen. Doch die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer fordert eine Reduzierung der Rentenerhöhungen. Ihr Vorschlag ist unter anderem die Rente zukünftig nicht mehr an die Lohnsteigerungen zu koppeln, sondern nur noch mit der Inflation steigen zu lassen. Schnitzer verwies bei ihrer Forderung auf Österreich, wo man ebenfalls so vorginge. Im Detail erklärte sie folgendes. Zitat. Das würde vor allem die besser verdienenden Menschen belasten, denn sie leben im Durchschnitt länger als ärmere Menschen. Die könnten aber ganz gut selbst etwas zur Seite legen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Zudem muss es laut der Professorin eine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben. Eine Rente mit 67 Jahren würde in den 2030er Jahren nicht mehr reichen, schon jetzt müsste man darüber sprechen das Renteneintrittsalter zu flexibilisieren. Zusätzliche Lebenszeit sollte zu zwei Drittel zu mehr Arbeitszeit führen und nur zu einem Drittel in die Freizeit gehen, sodass Arbeitgeber zukünftig gezwungen werden ihre Jobs anzupassen und ihre Beschäftigten länger weiterzubilden. Schnitzer kritisierte zudem die Pläne der Ampelkoalition. Will die Regierung ihr Versprechen einhalten und Rentenniveau sowie Beitragssatz und Renteneintrittsalter stabil halten, müsse in 20 Jahren nicht mehr 25, sondern satte 50 Prozent des Bundeshaushalts in die Rentenversicherung eingezahlt werden, anders wäre dies gar nicht möglich. Dabei zeigt die aktuelle Debatte wie uneinig man sich aktuell über die Zukunft des deutschen Rentensystems ist. Zum Beispiel fordert linken Fraktionschef Bartsch eine Anhebung des Rentenniveaus. Schon eine Studie des Bundesseniorenministeriums zeigte kürzlich, dass fast 25 Prozent der Hochaltrigen von Altersarmut betroffen sind und nur über ein maximales Nettoeinkommen von traurigen 1.167 Euro im Monat verfügen. Grund hierfür sind die aktuellen Zahlen über die Bruttorente von Vollzeitbeschäftigten. Das Bundesarbeitsministerium gab auf Anfrage der Linken im Bundestag an, dass viele Vollzeitbeschäftigte eine Bruttorente von weniger als 1.300 Euro monatlich erhalten werden. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung würde demnach Netto eine Rente von nur 1.160 Euro übrig bleiben. ntv.de berichtete hierzu. Zitat. Wie laut den Zeitungen aus der Antwort weiter hervorgeht, müssen Beschäftigte beim derzeitigen Rentenniveau mindestens 2.800 Euro im Monat vor Abzügen verdienen, um auf eine gesetzliche Rente von 1.300 brutto zu kommen. Wer im Alter auf 1.500 Euro Rente kommen will, muss demnach nach derzeitigem Stand monatlich mindestens 3.200 Euro brutto in Vollzeit verdienen. Um 2.500 Euro brutto von der Rentenversicherung zu erhalten, sei aktuell ein Monatslohn von 5.350 Euro vor Steuern und Abgaben erforderlich. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, erhalten nach einem kompletten Arbeitsleben Rentenbezüge, die laut Bartsch wenige 100 Euro über dem aktuellen Hartz-IV-Niveau liegen. Bartsch gab zu bedenken, dass solche Aussichten das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung mindern. Aus diesem Grund fordert der Politiker, dass das Rentenniveau mindestens auf über 50 Prozent steigen muss. NTV.de berichtete weiter. Zitat. Das Bundesarbeitsministerium verwies in seiner Antwort darauf, dass die Auswertung der Zahlen keine direkten Aussagen zur Verdiensthöhe im Lauf eines gesamten Arbeitslebens zulasse. Hintergrund sei, dass es in Zukunft zu Lohnerhöhungen kommen kann, die für die aktuelle Erhebung aber nicht berücksichtigt werden konnten. Ferner betonte die Regierung. Aus erworbenen Rentenansprüchen könnten grundsätzlich keine Rückschlüsse auf den Lebensstandard im Alter gezogen werden, da etwa weitere Alterseinkommen außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden müssten. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Das zu Beginn angesprochene Papier des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums sorgte dabei für viel Wirbel. Die Autoren prognostizieren auf Basis der aktuellen Zustandsbeschreibung des Systems der deutschen Rentenversicherung schockartig steigende Finanzierungsprobleme ab 2025. Grund für die Probleme sind laut dem Beirat vor allem die in 2018 eingeführte Garantie des Rentenniveaus von 48% des Durchschnittslohns, sowie die Begrenzung der Rentenbeiträge auf maximal 20%. Auch laut dem Beirat sei zukünftig eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung unumgänglich. Wenn die deutsche Bevölkerung in Zukunft durchschnittlich länger lebt und somit länger Rente erhält, müsse der Rentenstart entsprechend weiter nach hinten verschoben werden. Studienleiter Jochen Pimperz empfiehlt beispielsweise das Renteneintrittsalter ab 2031 um zwei Monate je Geburtsjahr anzuheben, sodass im Jahr 2052 die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt dann bei 70 Jahren liegen würde. Darüber hinaus fordern die Experten, Rentenerhöhungen künftig nicht mehr durchgängig vorzunehmen. Auch er ist der Meinung, dass Bestandsrenten nur noch mit der Kaufkraftentwicklung steigen sollten. Für Rentner wird es in Deutschland also in Zukunft immer ungemütlicher werden, und dass wo heute schon viele Rentner gerade in Großstädten Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Und was denkt ihr? Werden wir bald eine Welle der Altersarmut erleben? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience für die Glocke!